Geh mir erstmal zum Doktor. Der war mir doch bisher sehr sympathisch. Die Leute können einander einfach nicht in Ruhe lassen. Mit meinem kaputten Bein bin ich im Kampf nicht besonders nützlich. Ich habe nicht viel, aber es bringt ihnen draußen mehr als mich. Ha, ich hab's doch gesagt. Medizin ist immer etwas der wichtigste Dinge in Fallout. Was? Eine Läservistule? Ich war die nicht mal sehr stark. Wer ist da? Haus. Ja. Jetzt klappen wir mal das Schloss in der Schule. Und sehen mal was da drin ist in der Schule. Das ist nicht die Schule. Irgendwo muss doch die Schule gewesen sein hier. Hä? Ach da. Mal sehen, ob da wieder Viecher sind. Okay. 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 die Musik Frag mich. Wie viel Gewicht wir jetzt haben. Ich muss kurz mal pausieren. Ich muss kurz mal pausieren.